Ein herzliches Willkommen zurück zu Creedfall. So, wir suchen eine angebliche Spionin, das müssen wir noch nachweisen. Und ein Spitzel könnte uns da helfen, da mehr herauszufinden. Also, der soll irgendwo im Dorf, wenn... Weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird sein. Oh, jetzt laufe ich doch wieder falsch. Hey, wenn nein, ist nicht immer falsch, durch die Gegend drin. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da einen weiteren Hinweis finden. So, jetzt nach Süden. Bin gespannt. Wie kenne ich den Weg? Gehen zu unserem Wohnsitz schnell. Den Nauten nehmen wir weiter mit, den guten Wasco. So, reisen. Wo ist das Dorf? Hier ist das Dorf. Finde den Spitzel. Es tauchen gerade immer mehr Quests auf, ne? Dabei wollte ich ja was ganz anderes eigentlich machen, aber nutze die Pause auch so. Okay. Dann schauen wir mal. Also. Ach, das kennen wir doch. Wieso sind die hier noch? Gut, dann sind wir wieder aufs Neue aufgetaucht. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wört mich aber nicht weiter. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und was machst du hier? Hast du mich spielst? Mein Name ist De Sardé. Ich bin der Legate der Congregation und ich wurde geholfen, um einen jungen Norden zu finden. Alba. Das schreckliche kleine Eel hat durch meine Finger gespürt. Aber dieser Zerbauer wird mir bald sagen, wo ich sie finden kann. Petrus sprechen lassen. Nur die Missionärer glauben, dass diese Zerbauer uns helfen würde, ohne... ...zunschuldigung. Aber warum sind Sie mit meinen Methoden wenn Sie diese junge Frau auch suchen? Ich mag nicht die Idee von einem Schrank hinterlassen, Johannes. Das Problem, die uns hierher weitest du mit deinem Zerbauer. Also, Sie sollten lieber weg. Ich habe eine Verkaufung zu finden diese junge Frau und wiederholfen sie zu ihrem Vater. Ich werde nicht so schnell verraten. Ich habe mich geholfen, Ich habe ein sehr viel Geld bekommen, und meine Reputation. Ha! Ihre Reputation! Deine Ordnung hat bereits verloren, die Cardinal-Mothek für die Nords verabschieden. Und hier sind Sie wieder involviert in ihre Arbeit. Sie stellen die Nähle in Ihre eigene Koffein, Johannes. Hm. Ich habe es nicht gesehen. Ich gehe zurück in San Mateus. Ich lasse Ihnen dieses Zählchen. Sie haben Spaß und glückliches Humpen! Aber vielleicht gut, dass ich jemanden unterbrochen habe. Vielleicht hat er einen gekillt. Ich dachte, ich wäre tot. Er würde mich töten, selbst wenn ich gesprochen hätte. Du bist wahrscheinlich richtig. Denkst du, dass du uns antworten kannst? Wir haben auch Fragen, die dir fragen. Du hast mich erlaubt. Ich will dir Antworten. Aber erst muss ich zurück in meine Stadt gehen. Denn ich brauche, um sich zu heilen. Wir treffen uns später in Wend-Chaviers. Nachher zu finden. So. Na prima. Lauten Ruf. Ist auch wieder. Ruf gegangen, ist geil. Ist geil. Dann gehen wir halt. Das Dorf. Ich hoffe, ich laufe richtig. Ich glaube schon. Ja, ja, ich glaube nicht. Da ist mein Lager. Schön. Ah! Ich muss die jetzt hier so blöd rumhampeln, echt. Was ist da nicht? Achso, das ist mein Lager. Oh, da sind... Ich bin jetzt Rass-Federmäuse. Oh, blick. Ein Zeitgefe, so ein Quatsch. Okay, jetzt in mein Dorf. Eik, drücken wir mal hinein. So, mein Freund, hast du dich erholt? Ah, du bist derjenige, der mich aus Saul-Lassau retten. Ich bin so dankbar für dich. Ich lebe dir so viel. Aber du wolltest mir Fragen stellen? In seinem Beruf, Frau. Du offerst Services als Geist. Manchmal ziehe ich Reneikse zu einem guten Fischplatz. Sie geben mir wunderschöne Objekte. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Da haben wir mit den Tenerns geschehen. Du willst noch etwas anderes? Mhm, das ist Alba. Wir suchen eine Nort-Gerl. Die gleiche, die die Inquistator suchen. Aber ich versuchte Alba zu sagen nichts. Ich würde wirklich lieben. Aber... Und du hast dein eigenes Leben geschehen, dass du deine Vermeidung hast. Aber Alba ist in einer sehr delikten Situation. Wenn wir sie nicht erst finden, werden die anderen sie herunterladen. Und sie werden sie töten, ohne sie sich zu retten lassen. Also, die ist 100% unschuldig. Ich glaube, ich weiß, welche Höhle das ist. Dankeschön. Nein. Ich muss gehen. Guten Tag. Okay. So. Das Uff. Komme ich da am dümmsten hin? Oder wie heißt das Lager nochmal? Äh, Lager am Wasser. Okay. Wo ist das nochmal? Das Teil. Also, Lager am Wasser. Und jetzt... Komme ich da rein? Ich bin richtig lieb. Das sind Viecher. Müssen wir jetzt nicht reinlatschen, ne? Aber jetzt rüber gucken, weil wir die richtige Abzweigung finden. Ne? Was hier? Oh, ey. Was ist denn hier aus? Oh, Mann. Ja, ich kann da ja gemütlich sein. War da damals auch schon Blut? Das weiß ich nicht. Was ist denn so recht? Gucken wir mal. Wie viel kann ich denn hier verteilen? Die Schatten-Explosion sollte ich vielleicht auch mal machen. Machen aber einer. So. Attribute. Habe ich jetzt alles... nach oben gepimpt? Nach Beweglichkeit auch noch so. Jetzt bin ich mit Genauigkeit und ins... Gut. Oder war da ein Viech? War das gut? Ich glaube, wir sind hier. Das ist die cave, das die Torture des Survivors haben uns erzählt. Ich kann nicht sagen, dass ich eine gute Erinnerung von diesem Ort habe. Ich glaube... Ah, ich weiß nicht mehr, was hier war. Was war hier manchmal los? Was ist das für Sie? Was ist das für Sie? Ach, jetzt weiß ich nicht mehr. Alles klar. die liegen immer noch da das ist ja ober mies wo siehst du denn hier im lager dass du durch durch wände sehen ach dann haben wir da das ist keine spionin sie lieben lassen ich musste es Ich weiß nicht. Ich würde sie niemals betrachten. Es ist kein Problem in denigern. Wir haben den Dead Drop, die du benutzt hast. Wir haben festgelegt, dass du sie negativ zu verkauft hast. Und Kapitän Rubin, der schon erwähnt hat, hat ihn schon gesagt, hat er den Zeug von seinem Buch verbreitet, als wenn du in die Stadt verlassen hast. Wenn du insofern bist, würde ich nicht die Crew fliehen. Aber alles ist falsch. Ich weiß gar nicht, was ein Dead Drop ist. Und wenn ich fliehe, wäre es um dich zu retten. Escape dich! Escape uns? Wenn du nicht der Spie war, das macht keinen Sinn. Du besser sagst uns, was passiert. Einmal vorhin, Kapitän Rubin sagte mir, dass mein Vater nach Tierfriedi ging. Er hat mich überrascht. Ich wusste, dass mein Vater etwas tun würde, um mich zurückzunehmen. Dann, in Neusurin, meine Kollegen sagte mir, dass der Legate mich für mich war. Ich hatte Angst. Ich sagte der Kapitän, der mir sagte, dass ich einen Schiff in San Mateus finder, um das Island zu finden. Aber es gab keine. Ich sah meinen Vater in der Tavern mit einem seiner Inquisitoren. Und ich wusste, dass meine einzige Chance war, um tief in die Lande zu fliegen. Ein Native hat mir helfen, um dieses Kaffee zu finden. Und da hast du es. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Der Kapitän hat uns und diese junge Frau mit manipulativen Fähigkeiten, wertvoller von einem Kardinal. Wahrscheinlich, um das Gefühl zu erheben, dass er selbst der Spie ist. Wir wurden duped. Wir müssen uns in Neusurin so schnell wie möglich zurückkommen und warnen den Admiral, bevor es zu früh ist. Und was wird von mir werden? Du kommst mit uns. Wir werden dich beschützen. Wir brauchen deine Testung. Cool. Also, los geht's. Ich wusste es. Läuft sie eigentlich mit uns? Was? Ja. Hallo? So. Ich wusste es. Was ist dieser komische Typ da? Okay. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist mein... Also, nur noch da, wo das Lagerfeuer letztes Mal war. Ja, sie kommt jetzt nicht mit. Egal. Ist auch nicht richtig. Ja. Das sind wieder die Viecher. Dann fahren wir mal vorsichtig drin vorbei. So. Dann ganz fix. Ne, warte, wo muss ich hin? Doch. Muss schon hin. Ja. Zwei Stunden, 24 Minuten. Warum wird mir immer diese Zeit angezeigt? Ich habe echt Angst, dass wenn ich nicht jetzt bald für Konstantin weitermache, dann Probleme habe. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es würde sicher dann auch dastehen. So. Admiral, wo ist der Blödkopf? Dessarde. Was kann ich für dich machen? Unsere Investition ist gut unterwegs. Aber der Blödkopf ist nicht, was wir denken. Was bedeutet das? Wir haben Alba gefunden. Aber sie war innocent. In fact, ihre Kaptein benutzt uns und ihr Vater, um sie zu schrauben. Es ist wegen uns, dass sie weggegangen hat. Aber sie hat nie verraten Dokumenten, oder versucht zu verkaufen. So. So. Are you saying that the culprit is Ruben? If this were not the case, why make up this story against Alba, and use us like that? I can't believe it. And to think that I believed his lies. However, he is a Captain. I cannot condemn him without solid proof. And we have to find out who he was selling his journal to. Ask his crew, but stay discreet. It should not arouse suspicions. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. Laut befrieden mich jetzt auch geil. Find ich super. Okay, dann kann ich heimlich einfach anschleißen. Die lieben mich ja. Und den Captain auch. Nach Captain Hosen fragen. What do you think of your new Captain? He knows how to make people obey him. And runs a tight ship. What else is there to say? He's a Captain. I'm only a cabin boy. Does he get on well with Alba? He was suspicious of her at first. But when he saw that she was trustworthy, he treated her like one of our own. But when she disappeared, he told us that she didn't have what it takes to be a not. He spoke of treason, that sort of thing. But I imagine he regretted having trusted her at all. Anything else, Your Excellency? Ne. Flavia. Was kannst du sagen? We have a few questions to ask you, Flavia. I'm all yours, Captain. What do you think about your new Captain? He is fair, decisive, and he certainly knows the sea. But he keeps his distance. As if he wasn't a member of our species. And since we got here, it's been worse. He seems... troubled. The slightest disagreement puts him over the edge. But, never mind me. It's not my place to judge my Captain. He's got responsibilities I can't fathom. Anything else? I need to be off. Perhaps we'll meet later. Farewell, then. Oh. Hello. You need something? What do you think about Captain Reuben? I know what it's gonna sound like. But I liked it better when you were Captain. Oh. Thank you. Heartfelt. But tell me why. He's a good Captain. But he lacks team spirit, if you know what I mean. He's aloof. Doesn't get along with his crew. You're still far from the mark. To him, we're nothing more than lackeys. The only one who gets a smile from time to time is the pretty Gretchen. One of the girls from the tavern. She scratches his itch. As soon as he can, he's off to the brothel. Must cost him a right fortune. He should be careful. A dead with a coin guard is like sailing near a storm. Can I trust him? Yeah. He'd say goodbye to your master's. Do you trust him something stupid? Maybe. But keep it to yourself if you would. Anything else? Ja, der Behälter ist für sich. Okay, dann suchen wir mal Gretchen. Auch ein Name, den ich schon ewig nicht gehört habe. Ich glaube, Gretchen hieß... Wie hieß denn das? Risenbrake? Ja. Ich glaube, da gab es ein Gretchen. Ich glaube, da hat man mal geguckt hat. Da ran. Da ran. Die Quest ist ganz schön lang. Eigentlich wollte ich ja nur... meine Herkunft überprüfen. Wo muss ich denn hin? So nach unten, logischerweise. Okay. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Nice. Wie macht Kapitän Ruben Fragen? Ich habe gesagt, dass Kapitän Ruben dich sehr liebt hat. Und dass du viel Zeit mit ihm spendest. Er ist einer meiner Regulärer, das ist wahr. Er hat immer mich gefragt. Das ist, weil ich der liebste bin. Er hat in dich gefreut? Entschuldigung, mein Lieber. Aber was zwischen meinen Klienten und mir ist niemandem Geschäft. Wir anbieten, Kortisane zu werden. Wie geht es um eine Veränderung der Szenerie? Und eine Chance, um in einer mehr luxuriösen Umgebung zu arbeiten? Du bist eine Kortisane? Aber nicht, du brauchst keine Verbindungen, um da zu kommen. Ich bin der Kondition der Kondition und der Gouverneur. Warum das Verhältnis zu anderen Hauten sprechen? Ah, der Hammers. Ja, das ist wohl sein jüngstes Verhalten. Fragen, ob er von seinem Plänen erzählt hat. Okay. Jetzt muss ich schon wieder. Glied, Farb, Nerva. Ich bin hier fast. Einbruch der Dämmerung. Wenn man auch jetzt richtig, oder? Geh weg. Platz. So, ich muss hier jetzt schnell rum. So. Es ist zwar Abend, Dämmerung. Gibt's das? Gibt's Mittag, Abend, Nacht? Ja, ich glaub, Abend gibt's. Ich muss hier gerade immer schlafen. Ich muss total. Ja, da haben wir's doch. Los, schnell, schnell. Bin ich mal gespannt. Also, er war enttäuscht, dass es nicht geworden ist, und so weiter. Und jetzt... Oder die Verraten. Was ich ein bisschen komisch finde. Weil eigentlich, solange die Nauten schon existieren, hätte doch viel früher schon irgendeiner mal sowas machen können. Ist das jetzt der erste Verrat? Das ist ein bisschen minimal unrealistisch, aber mein Gott. Wir wollen mal nicht so sein. Oh, wo ist er? Wir können sich alles von hier sehen. Komm, stationieren und warten. Ah, da. Das ist auch geil. Bedingt auch nicht so. Was geht denn da? Dreht sich gar nicht um. Das sind wohl doch nicht so paar neue. Aber ich will nichts. Das ist auch geil. Aber das ist mir jetzt lieber, oder wo? Ich glaube. Das wird sich tatsächlich nicht um. Oh, das geht. Ich glaube, das geht um. Oh, das wird doch nicht wieder die Korschen-Garde irgendwelche Finger im Spiel mehr haben. Jetzt reicht es langsam mit der Korschen-Garde. Ja, beim Schmied könnten wir eigentlich auch mal vorbeischauen. Ja, das ist tatsächlich Nebel. Oh, kann so viel Zeitlos sein. Tollum. Ich bin wieder zu dem Stein. Warten und sehen, was er in die Kiste tut. Er ist ja weg, oder was? So, da ist ja keiner. Bin ich gespannt. Ah, jetzt wieder zurücklaufen. Du verarschst mich doch hier. Warum kann ich hier nicht warten? Brauchtet da die Admiralie nicht dazu. Aber ich habe was anderes gerade gesehen. Ja. So nicht. Ich finde es echt cool, dass die Ballen noch schön gebaut wird. Und die Geile. So, Admiradin. Geister musst du jetzt nicht sein. Okay, so. Oder er will uns eine Falle stellen. Was denkst du? Das ist eine excellente Idee. Ich komme mit dir. Ich will, diesen Traitor zu sehen, mit meinen eigenen Augen. Ich glaube, er will uns jetzt hier eine Falle stellen, damit er die Admiralin töten kann. Dass er dann befördert wird. Irgendwie sowas. Er weiß, dass er erwischt worden ist. Sowas in der Art. Natürlich, komplett falsch sein kann. Ich glaube, ich finde es eigentlich relativ herrnistisch. Da ist sie. Ich bin mal gespannt, wer dahinter steckt. Drückenallianz? Müsste es ja eigentlich sein, ne? So. Steckt man es hier wieder oben? Das kennen wir doch schon. Das ist ja eigentlich. Oh, die kippt gleich um. Ey, geht's noch? So, und jetzt zu dir. Oh, da wolltest du mich drehen durch den Lumpen. Boah, hat er Schaden gemacht, Alter. Ha, dieser Traitor hat, was er verdient hat. Ist alles okay, Admiral? Es ist nichts. Sorry to have charged like that. I got carried away. I couldn't bear to see this Traitor sell his whole family for a few coins. Do you want us to tend to your wound? No, I'll go back to Port and get back on my feet. Find the documents. We'll see you tomorrow. Thank you, the three of you. Madame, hier haben wir's doch schon. Ah. So, nun. Ja, sind wir hier. Oh, nochmal. Was ist da? Vertrag Groschgartensiegel. Ein Vertrag mit Groschgartensiegel an den Kapitän Ruben. Wir werden eine große Summe sowie angesehen, wo sie noch konntieren. Okay. Okay. In addition to a substantial sun, Ruben is also going to obtain a major post on the continent. Kapitän, Alter. Wir werden gerne im Sieg-Technik hinterher. Okay. Okay. There are plans for machines and ships that he must have stolen from elsewhere. Everything is here. We'll give it to the Admiral tomorrow. Was heißt denn morgen? Müssen wir jetzt wieder... ...warten? Wir gehen auf Nummer sicher. Wir legen uns noch unten hin. Und dann... Dann gehen wir zur Atmung. So. Dann gehen wir zur Atmung. Äh, Morgendämmerung. und zurückgreift hier dann. Ja, das war interessant. Das war jetzt wirklich eine coole Quest, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt hier hin und her bin musste. Aber irgendwie witzig. So eine kleine Nebenquest. Ab die Nauten gibt mich jetzt. Wieder da. Ich sehe, dass unsere secrets sind immer noch eine fortune. Danke, dass ich mir all das bringe. Und wie für dich, Alba, ich habe dir eine Entschuldigung. Ich sollte dich vertraut haben. Du hast nichts mit dem tun. Der Kapitän hat alles gemacht, um mir zu tun zu tun. Nein. Wenn wir den gleichen Vertrauen in den Volontieren als in den Seabornen, das hätte nie passiert. Wir verdienen dir viel, D'Sarde. Ich werde es nicht vergessen, oder werde ich die Lehre vergessen. Sei sicher. Du hast meine volle Gratitude. Alles noch? Was denn? Plus fünf haben wir Ruf bekommen bei den Nauten. Das ist schon cool. Der Feind im Inneren. Die Nauten lieben mich jetzt auch. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dennne. Tschüss.